Denn viele Leute wollen das bekommen oder besessen, was dem auch gerechtig gehört. Aber gleichzeitig, sie wollen das nicht annehmen, was Gott über sie sagt. Und wenn du verneinst, was Gott über dich sagt, und wie kannst du denn behaupten, das zu bekommen, was er dir gegeben hat? Denn das, was er dir gegeben hat, was du tun kannst, ist an deine Person gebunden. Wenn du nicht der Sohn Gottes bist, dann kannst du auch nicht besessen, das, was der Sohn Gottes hat. Also unsere erste Mission ist einfach zu erkennen, wer wir sind. Halleluja! In Christus müssen wir unser Wesen definieren. Also wir müssen sozusagen erquick werden zu der Realität, was Gott über uns sagt. Amen! Amen!